vielleicht bei der Amis wir müssen mal Ex-Bub machen ich bin wahr, ich bin hier aber nicht weg Äh, ich weiß. Hilfe gebrauche, wenn ich jetzt zu C vorstoße. Weil ich bin schon da. Fuck. Ah, mich hat's erwischt. Wer hat nicht erwischt, mich hat hoch den 24, ey. Oh Gott, ganz komisch. Die Chinesen, überall sind sie. Naja. Irgendwann wird selbst die Menschen von der Chinesen angeschaut. Made in China. Ey, da wisst doch, aber geht doch. Ja. Du siehst, die amerikanische Türchen, kommt doch alles aus Taiwan. Hahaha. Hahaha. Lass mal, ey, die spawnen back hier. Schrie die Hoden, 24. Ah, der hat sich mit abzählen, ne, an der Asi. Ich hätte mich schon sechsmal gekillt, also das ist ein bisschen abartig. Echt? Ja. Echt? Netto. Ja, hab mich doch der Ei überwischt. Der Pat, ne, Patient. Tem, mal der Passion, mal der halt. Ich hab Hoden, ja, Hoden24 erwischt. Hoden24.de. Hahaha. Okay. Das klingt doch schon alles wirklich mit 24. Äh. Drei Namen, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Das ist Toastbrot, Waschlinger und Jack Bauer Power. Bauer Power, äh. Hehehe. 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 Feinlicher Sniper. Feinlicher Sniper. Feinlicher Sniper. Ruten auch in die Abgeschichte. Ich hab dich wiederbelebt. Yes. Muss man nur noch lange genug überleben. Ja, das Fall ist total zurück. Äh, ich hab's schon gemerkt. Check, Baba, Baba. Check, Baba. Check, Baba. Hoden24. Was denn, erwischt du denn also? Ich hab' dir nicht gekriegt. Ne, mich hat er nicht. Du meinst so ein Hack. Ja, ja. Kann ich auch noch's gern erklären. Hä, wir kommen irgendwie n von A weg. Hm. Ja, wir haben uns so arg irgendwie festgebüßt, doch. Aber da sollen das lieber wieder herkommen. 4 Worte mit dem Köln das ist auch noch Wotnick. Auf der Straße steht der BMP. Der Wotnick kurz vor... ...C ist das glaube ich, ja. Naja, ich glaube wenn jemand den Hack benutzen wird, das wird man merken. Ich war auch schon mal auf so einem Server, weil da jemand voll nen Hack benutzer ist und das war voll assi. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Wiederbleib! Piu! Tot! Ja, ja. Spawn Piu! Tot! Irgendwo! Auf der Karte! Ich bin ja am überlegen, ob ich vielleicht mir... Ja. Das Anno wird mich reizen, weil das kann man... Wie gesagt, das kann man halt online... ...heel. Anno ist doch Mass Effect! Ja, ne, das ja, das ja. Das kann man Harko oben und so weiter. Weil du mir da das Video geschickt hast, dachte ich. Ja, ja. Ne, das soll ich mir auf jeden Fall. Bei Anno bin ich mir noch nicht sicher. Anno ist schon geil, aber wie gesagt... Ah, die Sniper sehen. Aber immer alleine, das macht irgendwie eine Dauer. Ich wusste halt nicht, dass es Multiplayer gibt. Es gibt jetzt auch für Anno. Pass auf, bleibt drin. Da ist einer. Ich hätte da, bei der Mrs.Bornback drin müssen wir alles... Äh. Was kann's mal, ey? Nein! Ey, wo kommen die alle her? Das weiß man nicht. Aber ist halt cool, ne? Du kannst zum Beispiel dann... Was ich gelesen hab... Ähm... Du kannst zum Beispiel zu zweit... Oder, was weiß ich, zu viert, was weiß ich... Bis zu acht Leute, keine Ahnung. Ähm... Auf jeden Fall, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Leute bist, ne? Bei Anno. Mhm. Dann kannst du zum Beispiel jetzt, ähm... Wie soll ich sagen... Zusammen praktisch, ähm... Spiele. Was soll ich mein? Also, ähm... Du kannst zusammen die Städte verwalten. Also, ähm... Okay. Nicht jeder sein eigenes Ding. Und dann, äh... So eine große Stadt, die da halt zusammen. Oder halt, getrennt. Bei dem Anno 14.04 oder 14.01, oder wie das heißt, äh... Da hab ich schon ein cooles Ding aufgebaut. Schiss. Der Dom war auch schon fertig, aber... Ich hab's nie verschönern können. Wie meinst du? Naja, so um den Dom rum. So schöne... Pflanzen, Gette und so. Ach so. Soll ein bisschen schön sein. Naja. Naja. Oh, nett übers Kabel fahren. Ne. Muss ich ja einmal nicht mehr gucken, Alter. Vom Headset des Kabel. Äh... Naja. Ja, vierter Platz. Huh? Ja. Passt schon. Aber ich hab... Von den Stats her hab ich's geschafft. Mehr Kills als... Todes habe. Zwar nicht viel, aber... Ne, du bist fünfmal mehr gestorben, oder? Ne, ich mein jetzt in der Gesamtstatistik. Ach so, okay. Hast du Sinn. Ich glaub... Ja. Ich hatte sogar mal den gleichen Wert. Also wirklich identisch. Was haben wir denn jetzt? Firestorm wieder. Äh... Aber Rush ist das, ne? Jetzt hätte ich fast die AK wieder cutten. Echt? Ja, ich nicht. Ist das Rush? Ist das Rush? Ich weiß jetzt nicht. Äh, ne. Es sieht nach Team Deathmatch aus. Ach so. Ja, dann nehme ich Usas. Usas Action. Ich bin der Squad Leader. Usas Action. Sau geil. Wo sind sie dann? Oh Gott, der hat noch null Prozent Gesundheit gehabt. Und hat noch gelebt. Ja, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Sechste Mal hatte ich das jetzt. Ja. Wobei Usas hier... Das ist so... Glücksspiel. Ja. Raus ist jetzt nicht unbedingt... Perfekt. Aber so in den Gebäuden... ja, klar. Prinzipiell, wenn du gar nicht mit Zielen musst, sondern es einfach passt. Äh... Aber der darf nicht viel Munition. Ne? Ja, wir sind 20 Schuss. Okay. 25 oder so. Also das ist einfach nur eine Leergeballe. Insgesamt oder ein Magazin? Insgesamt sind's glaube ich. Naja, oder? Doch. Das ist der Wege... Munitionsext... Ne, ich hab... Äh, warte. 33 hab ich insgesamt. Das Ding ist ja automatisch. Äh, halbautomatisch. Mhm. Ich glaub ich mach Mun extra rein. Mach Sprint raus und mach Mun extra rein. Ich glaub das werfe. Ich rühre die Hoden. Der Hoden. Ich... Ich... Ich hab... Ich hab auch schon ne paar Munitionsarten freigeschaltet für den Users aber... Ich weiß nicht, ich bleib immer bei meiner Standarddinge. Wo äh, diese... Äh... Schrot Munition, äh... Wo man von OVO hat schon. Wieso nimmst du denn diese... Die explodiert? Weiß nicht, damit hab ich das... Nicht so... Gute Erfahrungen. Okay. Also... Bei der... Bei Operation Metro... Ja? Bei der Metro-Map, da hatte ich nur mit der Users gespielt. Ich glaub schon irgendwie, äh... 68 zu... 24 oder so. Ab was? Ja, nicht ab was. Ich hab das sogar noch kommentiert. Den Kampfbericht. Krass. Ich war... Das war Platz 1. Vielleicht finischt er noch den Kampfbericht, aber... Ähm... So, steck mal rein. So, sieht schlecht aus für uns. Ja. Super, ich bin gespawnd... Ich bin gleich wieder tot. Das mit diesem zufälligen Spawnpunkt ist auch noch so eine Sache, die ich nicht gut finde. Ja. Ich glaub ich mach aber... Ja, die... Ja, aber ich hatte... Die Spreng-Munition hatte ich bei Metro drin. Haha. Kannst ja wohl denken, wie die alle auf die Treppen hocken und so. Ja, klar. Dann so einer. Äh... Ach... 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 Sieht schlecht aus.